Warte, 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 warte. Ach so, doch. Ich dachte gerade, scheiße, wo bin ich denn, wenn da Feinde auftauchen. Doch, ich fange genau da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das habe ich beim letzten Mal, ja, ich habe nur geguckt gehabt. Oh, wir könnten schlafen. Oh, ho, ho, oh, hi. Äh, also erstmal dazu. Herzlich willkommen zurück zu einer Aufnahme-Session von, ähm. Oh, ich kann Sachen selber herstellen. Das ist ja cool. Können wir was verhandeln, sind das, äh, selbst zu stärken. Okay. Ich weiß nie, wofür man einen Akku braucht. Wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Session von Vampir. Ich war hier beim letzten Mal gar nicht, aber dann das Bett erklärt, warum ich hier wieder gespawnt bin. Uh, gut, dass ich keinen Fall Schaden krieg. Es ist niemand hier. Ratte, komm her! Es tut mir leid für die Ratten, aber ich brauche das Blut. Komm her, mein Freund. Du musst den doch nicht so wegwerfen. Das ist auch nicht verdient. Gibt es hier noch mehr Ratten? Gut erkannt. Die spawnen wieder! Okay. So, dann bin ich voll. Sollte ich vielleicht jetzt speichern? Falls ich sterbe, dann habe ich genug Blut. Obwohl, vielleicht sollte ich das... Ach so, das ist gar nicht... Okay. Ich habe es verstanden. Oder ist das Speichern? Ich habe es nur falsch interpretiert. Die folgende Nacht. Jetzt komme ich nämlich direkt in den Kopf und ich weiß jetzt endlich, wie ich meine Fähigkeit anwenden kann. Wirklich? Wow. Wow. Ah! Ah! Toll Ja Wenn ich nichts zum heilen habe, wie soll ich mich dann heilen? Du doof Hä? Danke Ich hab zwischendrin die Aufnahmen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Das muss ich dann zusammenschneiden. Einen Moment Wir kommen gleich zu dir. Warte Emma Emma Ja Ich bin so doof Ich bin so doof Hm Jetzt muss ich den Kampf nochmal machen Leute Warte 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 Zwei Warte Warte Zwei 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 Ziel Gibt's etwas, was ich noch lernen muss? Er ist nicht mehr da, Junge. Und du bist auch so, wie es scheint, nicht mehr lange da. Ja, du kannst reden. Vielen Dank. 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 Ja, wir haben ja gerade mit unserem Arsch hinten abgeschlossen. Vielen Dank. Willi, bitte. Stop. Willi, bitte. Stop. 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 Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll, aber gut ist. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ja, ich habe aber auch nicht genug Blut, um mich zu heilen. Ich habe auch nicht genug Blut, um mich zu heilen. Sag mir doch, wie ich mich heilen kann, du dummes Spiel! Tust du mich dann auch nicht? Oh nein! Und wer bist du? Ja, das ist sie. Ich glaube, ich habe ihn bereits. Was wird der hier? Ja, natürlich. Oh Gott, nein! Bist du so einer? Ja. Ja. Okay. Okay. Gut. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich heilen kann. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Auf geht es. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Keine Ahnung. Müssen wir den nächsten Drink abwarten. Ich weiß es echt nicht. Auch das weiß ich noch? Gut. Ich glaube ja, man hat sofort erkannt, dass das die Thuse war. Die Thuse war, die mit Swansea gesprochen hat. Die haben irgendwie auch so ein Kontrakt miteinander oder irgendwie so. Habe ich nicht recht. Liegt es da so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve? Ja, ich würde mich ja gerne heilen, weil ich wüsste wie. Oh. Wir sind auf dem Weg zum Pembroke Hospital. Es ist gerade über den Kanal. Da werden sie ein Bett für der Herr Hampton haben. William war... Ja, das war's. Ja, das war's. Ich habe eine Frau hinter ihr, aber ich werde dir sagen, dass sie ihre Privatsphäre ist. Wer London so peaceful, wie sie aus der Mitte des Kanals sieht, nur das wäre die Realität der Situation. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe immer versucht, zu evitieren diesen Teil der Stadt. Pembroke Hospital ist der letzte Bastion zwischen dem Rest von London und der Epidemie. Die Flüge hat die Ostend und die Krieg noch ragen. Willkommen zu den Fronten der Plage. Das ist, wo du arbeitest, Dr. Swansea. Ich bin der Administrator des Pembroke Hospital. Ich dachte, du warst hier im Service von deiner mysteriösen Ordnung, das Bruder von St. Paul's Stone. Ja. Aber erst und vor allem bin ich ein Mensch der Wissenschaft. Ein Physiker. Wie dir selbst. Dr. Reed. Wie wüsst du, wer ich bin? Keine Chance für Modestheit. Du bist Dr. Jonathan Reed. Wir wissen wirklich, wer wir sind. Du bist korrekt, Herr. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber wenn du den Blut aus dem Körper von der Schmerz des Päts des Wörteres, ich wusste es. Dr. Reed. Schwierig. Mordisch. Wir haben uns ein Video. Ich hatte drei Ausgaben vor der Kampf. Ich hatte 3 von Ihren Seminar vor der Krieg. Ich bin die größte Dank für Ihre Forschung. Und was ein Blut des dólares. Was halten wir jetzt So mitten auf dem Wasser? Das ist ein gutes Angebot! Komm, sag ja! Das ist ein gutes Angebot! Das ist ein gutes Angebot! Das ist ein für den Buch! Und das beginnt eine schöne Freundschaft! Das ist ein gutes Angebot! 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 Das ist ein gutes Angebot!